Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr verehrte Aktionärs, Vertreterinnen und Vertreter, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstands und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Daimler AG begrüße auch ich Sie herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung 2013. Heute in fünf Wochen, am 15. Mai, ist es soweit. Wir stellen die neue S-Klasse vor. Ein Auto, das nicht nur wir seit über 40 Jahren für das Beste der Welt halten. Ein Modell, das für Mercedes-Benz wichtiger ist als jedes andere. Dabei zeigt die Erfolgsgeschichte der S-Klasse exemplarisch, jede Zeit hat andere Anforderungen an ihre Besten. Wer S-Klasse bleiben will, muss sich fortlaufend weiterentwickeln, manchmal auch ändern. Das gilt für Autos, das gilt aber auch für Unternehmen, erst recht, wenn sie bei den finanziellen Kennzahlen noch Steigerungspotenzial haben. Zwar geht das Daimler im historischen Vergleich gut. In mancherlei Hinsicht sind wir sogar besser denn je. Nie zuvor haben wir beispielsweise so viele Mercedes-Benz-Pkw verkauft wie im vergangenen Jahr. Nie zuvor hatten wir bessere Kundenzufriedenheitswerte. Was den Judge-Free in puncto Unternehmensintegrität bescheinigt, haben Sie eben selbst gehört. Genauso klar sage ich aber auch, wir sind Daimler. Wir wollen nicht nur besser werden, als wir gestern oder vorgestern waren, wir wollen die Konkurrenz schlagen, dauerhaft. Dafür reicht es nicht, bestehende Wettbewerbsnachteile nur zu verwalten, wir müssen sie beseitigen. Und das tun wir. Mit klaren Wachstumsstrategien und Effizienzprogrammen in allen Geschäftsfeldern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird Daimler verändern. Das führt fast zwangsläufig auch zu Meinungsverschiedenheiten. Umso wichtiger ist es, dass die von Vorstand entwickelte Strategie auch im Aufsichtsrat volle Rückendeckung hat. Dass dem so ist, hat der Aufsichtsrat-Vorsitzende ja gerade noch einmal bekräftigt. Wir sind gemeinsam davon überzeugt, der eingeschlagene Weg ist richtig. Wir müssen ihn aber auch gehen. Was das in Produkten, Zahlen und Maßnahmen bedeutet, darüber möchte ich Ihnen heute berichten. Drei Themenkomplexe stehen im Mittelpunkt. Erstens ein Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen 2012. Zweitens ein Bericht zur aktuellen Situation und zu unseren Erwartungen für das Gesamtjahr 2013. Sowie drittens ein Blick auf unsere Ziele und Strategien für die Zukunft. Zuerst also eine kurze Rückschau für 2012, ein Jahr, in dem Daimler weiter gewachsen ist. Bei den Pkw um 5 Prozent, bei den Lkw um 9 Prozent, bei den Finanzdienstleistungen sogar um 12 Prozent. Der Absatz unserer Transporter war aufgrund schwacher europäischer Märkte leicht rückläufig. Bei den Bussen betrug der Rückgang knapp ein Fünftel. Konzernweit haben wir 2,2 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, davon gut 1,4 Millionen Pkw. Beides sind neue Bestwerte. In Summe hat Daimler 2012 einen Umsatz von 114,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Auch das ist mehr als je zuvor. Unser EBIT lag bei 8,6 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis stieg auf 6,5 Milliarden Euro. Der Value Added des Konzerns auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Das entspricht einer Kapitalrendite von 19,5 Prozent und übertrifft unsere Kapitalkosten um nahezu das Zweieinhalbfache. Um Sie, meine Damen und Herren, angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, wie im vergangenen Jahr eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro pro Aktie zu zahlen. Der Gesamtausschüttungsbetrag summiert sich damit auf 2,35 Milliarden Euro. Die Ausschüttungsquote beträgt rund 40 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Konzernergebnisses. Was waren nun die wichtigsten Erfolgsfaktoren des vergangenen Jahres? In erster Linie natürlich Spitzenprodukte in allen Geschäftsfeldern und entlang des gesamten Modellspektrums. Nehmen Sie beispielhaft unsere neue A-Klasse hier oben links im Bild. Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, mit der A-Klasse wollen wir zusätzliche, nicht zuletzt die jüngere Kundengruppen erschließen. Heute wissen wir, es funktioniert. Die heutigen A-Klasse-Käufe in Deutschland sind im Durchschnitt zehn Jahre jünger als früher. Und ebenso wichtig ist, rund 40 Prozent der A-Klasse-Kunden in Deutschland sind vorher ein anderes Fabrikat gefahren, kommen also vom Wettbewerb zu uns. Fünf weitere PKW-Modelle haben wir 2012 neu auf den Markt gebracht. Drei neue, beziehungsweise modellgepflegte SUVs, unsere Cabrio-Icone SL und natürlich den völlig neuen CLS Shooting Brake, ein Juwel für automobile Ästheten. Auch unser LKW-Portfolio haben wir 2012 um neue Top-Produkte erweitert. Ein Beispiel ist der neue Mercedes-Benz Anthos, unser erster LKW speziell für den schweren Verteilerverkehr. Ebenfalls neu in Europa, der Fuso-Kernter Eco-Hybrid. In Indien begannen Produktion und Verkauf unserer Barad-Benz-LKW. In China wurde die Produktion von schweren und mittelschweren LKW der Marken Aumann in unserer Joint Venture mit Photon überführt. In Russland sind wir bei der Zusammenarbeit mit unserem Partner Kamas weiter vorangekommen. Unsere Transporte und Bussparten haben ebenfalls für neue Marktimpulse gesorgt. Mit Produktneuheiten wie dem Stadtlieferwagen Citan, dem Setra Reisebus Comfort Class 500 und dem Mercedes-Benz Stadtbus Citaro Euro 6. Daimler Financial Services hat den Absatz aller Fahrzeugsparten durch attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote wirksam unterstützt. Aber nicht nur Markterfolge belegen der Attraktivität unserer Produkte und Dienstleistungen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen tun dies ebenso. Lassen mich einige wenige Beispiele nennen. Die generelle Strahlkraft der Marke Mercedes-Benz bestätigt den neuerlichen Sieg bei der Automarkstudie des ADAC. Danach sind wir einmal mehr, ich zitiere, die stärkste Automarke Deutschlands. Zitat Ende. Aus der Kundenzufriedenheitsstudie von JD Power gingen wir 2012 ebenfalls als Sieger hervor. Besonders gefreut haben wir uns aber über die vielen Preise für die neue A-Klasse. Sie wurde zum Lieblingsauto der Deutschen gewählt und mit dem gelben Engel des ADAC ausgezeichnet. Von den Autobildlesern wurde sie zum schönsten Auto Deutschlands gekürt. Weitere nationale und internationale Auszeichnungen kamen hinzu. Bei den Bussen wurde der neue Citaro, Bus of the Year, unser Cityvan, Citaran holte sich in Spanien den Titel Van of the Year. Und auch unsere Finanzdienstleistungen setzten wieder Maßstäbe in Sachen Kundenorientierung. In Deutschland etwa behauptete die Mercedes-Benz-Bank den Markenmonitor, der Zeitschrift Autohaus, den Spitzenplatz oder den automobilen Finanzdienstleistern zum vierten Mal in Folge. So viele Erfolge wie 2012 also verzeichnen konnten, so klar müssen wir andererseits sagen, in einem wichtigen Markt, in China, blieb unsere Geschäftsentwicklung hinter unseren Erwartungen zurück. Fünf Jahre lang konnten wir unseren Absatz in China rasant ansteigern. Im Durchschnitt waren wir dort die wachstumsstärkste Premiummarke. Letztes Jahr nun sind wir nur noch minimal gewachsen und haben Marktanteile verloren. Das müssen, das werden wir ändern. Ich komme später darauf zurück. Schon jetzt möchte ich aber kurz auf die Personalie eingehen, die der Aufsichtsratsvorsitzende bereits erwähnt hat. Aufgrund der letztjährigen Erfahrung und der Bedeutung des chinesischen Marktes haben wir uns entschieden, die Verantwortung für unser China-Geschäft fest im Vorstand zu verankern. Dafür ist Hubertus Trostka mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung hervorragend qualifiziert. Er ist seit 25 Jahren im Konzern und hat verschiedenste Funktionen mit großem Erfolg wahrgenommen. Selbstverständlich wird ihn der gesamte Vorstand in seiner wichtigen neuen Aufgabe unterstützen. Meine Damen und Herren, Ende letzten Jahres hat die Unternehmen weltweit über 275.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 3.700 mehr als noch im Jahr zuvor. Alle Beschäftigten haben zu unserem Erfolg beigetragen. Auch an dieser Stelle möchte ich deshalb allen Kolleginnen und Kollegen im Namen des Vorstands für Engagement herzlich danken. Wir werden den Einsatz auch in diesem Jahr honorieren. Alle anspruchsberechtigten Beschäftigten der Daimler AG erhalten mit ihrem Aprilgehalt eine zusätzliche Einmalzahlung von 3.200 Euro pro Person. Das ist die dritthöchste Erfolgsbeteiligung in der Geschichte unseres Unternehmens. Lassen Sie mich zum Schluss des Rückblicks auf 2012 noch kurz eine wichtige Veränderung bei unseren Beteiligungen ansprechen. Wie seit längerem angekündigt, haben wir im vergangenen Dezember unseren Anteil an der ERDS auf rund 7,5 Prozent reduziert. Hierzu wurden 61,1 Millionen ERDS-Aktien an die KfW-Bankengruppe, Privatinvestoren, das Konsortium sowie institutionelle Anleger verkauft. Daraus sind uns Erlöse in Höhe von 1,7 Milliarden Euro zugeflossen, die wir in die Stärkung unseres Kerngeschäfts investieren. Durch den Austritt aus dem Aktionärspakt bei ERDS ergibt sich zudem eine bilanzielle Neubewertung unserer verbleibenden Anteile, die sich im Ebe des Jahres 2013 mit rund 2,7 Milliarden Euro positiv niederschlagen wird. Es handelt sich dabei um einen buchhalterischen Effekt. Wir beabsichtigen, auch die verbleibenden Anteile zu veräußern. Über den genauen Zeitpunkt und die Vorgehensweise werden wir noch entscheiden. Der Verkauf hätte dann positive Auswirkungen auf den Cashflow. Alles in allem könnte man das Geschäftsjahr 2012 auf die Kurzformel Ja-Aber bringen. Ja, unsere Produkte sind spitze, aber die europäischen Märkte waren schwach. Die Neuordnung unseres China-Geschäfts ist in vollem Gange. Ja, wir wachsen, aber wir können und werden dieses Wachstum noch effizienter gestalten. Nur so erreichen wir unsere Renditeziele trotz schwacher Märkte und hoher Investitionen in neue Produkte, Werke und Technologien. Und ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Die Marschroute für das laufende Jahr heißt deshalb Kurs halten. Unser Wachstum fortsetzen und gleichzeitig die Effizienz steigern. Letzteres ist umso wichtiger, als der Jahresauftakt 2013 in vielen Märkten sehr schwach war. Ganz besonders in den Pkw und Nutzfahrzeugmärkten Europas. Verhaltener als erwartet war deshalb auch unsere Absatzentwicklung im ersten Quartal 2013. Beim Mercedes-Benz Cars sind wir dennoch mit einem Plus ins Jahr gestartet. Per März haben wir 342.000 Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und Smart abgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von einem Prozent beim Konzernabsatz. Die Auslieferungen an unsere Kunden stiegen im gleichen Zeitraum um drei Prozent. Im März können wir zudem einen neuen Rekord vorweisen, nie zuvor haben in einem Monat so viele Autos verkauft. Unsere neuen Kompaktfahrzeuge sind äußerst begehrt. Seit Anfang des Jahres verweist die A-Klasse ihre Konkurrenten Audi A3 und 1er BMW in Deutschland auf die Plätze. Die B-Klasse ist in ihrem Segment ebenfalls führend. Von übermorgen an ist dann das dritte Modell unserer neuen Kompaktfamilie erhältlich, der neue CLA. Sie sehen das Auto von Ihnen aus rechts hier auf der Bühne. Der CLA begründet als viertüriges Coupé ein neues Segment in der Kompaktklasse. Wie sein großer Bruder, der CLS, vereint er Sportlichkeit und Eleganz. Seit Ende Januar läuft das Fahrzeug in unserem Werk im ungarischen Keschkemet vom Band. Insgesamt sind auch unsere neuen Kompakten so gefragt, dass wir sowohl in Rastatt als auch in Keschkemet zusätzliche Schichten vereinbart haben. Darüber hinaus setzen wir auf weitere Kapazitäten bei dem externen Partner Valmet. Von diesem Jahr an werden dort bis 2016 mehr als 100.000 zusätzliche Einheiten der neuen A-Klasse in unserem Auftrag gefertigt. Unsere Schlagzahl wird auch in Zukunft hoch bleiben. In zehn Tagen geben wir auf der Automesse in Shanghai einen ersten Ausblick auf unseren neuen kompakten Geländewagen. Sie sehen ihn schon heute exklusiv auf der Leinwand hinter mir. Auf der IAA im Herbst folgt dann die Weltpremiere des Serienautos. Weitere Absatzimpulse erwarten wir im Jahresverlauf von der neuen E-Klasse. Sie sehen das Auto hier im Film, aber auch in Natura von Ihnen aus links auf der Bühne. Mit über 2.000 neuen Teilen und Komponenten haben wir dieses Fahrzeug grundlegend überarbeitet. Die E-Klasse spricht nun ebenfalls die neue Designsprache von Mercedes-Benz. Egal ob vier, sechs oder acht Zylinder, mit unseren neuen Motoren haben wir das Aggregat, das Aggregat im Angebot, das den Wettbewerb in Verbrauch und Emissionen schlägt. Und das ist nicht alles. Dieses Auto wartet auch mit einer ganzen Reihe neuer Assistenzsysteme auf. Sie machen das Fahren mit der E-Klasse noch komfortabler und vor allem noch sicherer. Die neue E-Klasse läutet eine neue Ära des Fahrens ein. So urteilte ein Journalist nach der Fahrvorstellung. Am besten, Sie überzeugen sich bei Gelegenheit selbst. Das absolute Highlight des Mercedes-Jahres kommt aber noch. Die neue S-Klasse. Ich habe es eingangs erwähnt. In fünf Wochen ist Weltpremiere. Im Sommer kommt das Auto auf den europäischen Markt, im Herbst auf den nordamerikanischen und den chinesischen. Wenn Mercedes die S-Klasse austauscht, hagelt es Superlative. Das war so und das muss so bleiben. Diesen Worten brachte seine Autozeitschrift kürzlich auf den Punkt. Zu Recht. Wir verlangen nichts anderes als Perfektion von diesem Auto. Und auch das neue Modell wird diesen Anspruch einlösen. Mit Technologien, die zeigen, autonomes Fahren ist keine Science-Fiction mehr. Mit einem Interieur, das die Messlatte im Luxussegment nochmals höher legt. Und natürlich mit einem entsprechend souveränen Design. Innen wie außen. Die Medien überbieten sich ja schon seit einiger Zeit mit Vorabberichten über das Auto. Offiziell lüften werden wir den Vorhang, aber erst am 15. Mai. Schon jetzt dürfen sich aber alle, mit Ausnahme vielleicht des Wettbewerbs, auf die neue S-Klasse freuen. Mehr Mercedes als in diesem Auto geht nicht. Das werden wir künftig mit fünf verschiedenen S-Klasse-Varianten untermauern. Sie werden sukzessive auf den Markt kommen. Sie sehen, meine Damen und Herren, unsere Produktoffensive läuft auf Hochtouren. Das sollte sich ab der zweiten Jahreshälfte auch in unsere Geschäftszahlen niederschlagen. Trotz eines schwierigen ersten Quartals gehen wir deshalb davon aus, dass unser PKW-Absatz 2013 bei einem unterstellten Gesamtmarktwachstum von zwei bis vier Prozent erneut zulegen wird. Bei Daimler Trucks gingen die Verkäufe im ersten Quartal um sechs Prozent auf rund 101.000 Einheiten zurück. Das liegt, wie unsere gleichzeitigen Anteilsgewinne in wichtigen Märkten zeigen, an der konjunktuell bedingten Schwäche vieler Nutzfahrzeugmärkte. Gerade in unseren traditionellen Märkten haben wir es mit erheblichen gesamtwirtschaftlichen Risiken zu tun. Von der Staatsschuldenkrise in Europa bis hin zu den fiskalpolitischen Risiken in den USA. Dessen ungeachtet konnten wir in beiden Märkten Anteile hinzugewinnen. Eine wichtige Grundlage dafür war unser starkes Produktportfolio. Und wir bauen es weiter aus. Im Mai kommt der neue Mercedes-Benz Arox auf die Straße. Unser neuer Spezial-Lkw für den Bausektor. Er ist nach dem Actros und dem Anthos das dritte Modell auf Basis unserer schweren Lkw-Plattform. Das vierte Mitglied der neuen Mercedes-Benz Lkw-Familie ist der Mercedes-Benz Atego, unser mittelschwerer Lkw. Ab Mai kann man ihn kaufen. Mit ihm schließen wir als erster Hersteller die Umstellung auf Euro-6-Lastwagen ab. Acht Monate vor Inkrafttreten der neuen Abgasnorm. Mit diesen hocheffizienten Produkten machen wir unseren Nutzfahrzeugkunden nicht nur technologisch und ökologisch, sondern auch wirtschaftlich überzeugende Angebote. Denn trotz aufwendiger Euro-6-Technologie verbrauchen unsere Lkw deutlich weniger Kraftstoff als ihre Vorgänger. Dadurch sinken die Gesamtbetriebskosten für Spediteure erheblich. Das ist ein wichtiges Kaufargument. In Europa beispielsweise fallen rund 90 Prozent der Kosten eines Lkw nach dessen Kauf an. Im Laufe des Jahres sollten die neuen Produkte deshalb auch zur Stärkung unseres Lkw-Absatzes beitragen. Zwar rechnen wir im ersten Halbjahr in wichtigen Märkten eher mit Gegenwind. Die Aussichten für das zweite Halbjahr sind aus heutiger Sicht aber besser. Für das Gesamtjahr erwarten wir daher auf Basis der aktuellen Markterwartungen eine leichte Absatzsteigerung. Bei Mercedes-Benz Vans haben wir in den ersten drei Monaten des Jahres knapp 53.000 Fahrzeuge verkauft. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einen wichtigen Beitrag dazu hat der Mercedes-Benz Zitan geleistet. Seit Ende Oktober ist er in Europa verfügbar. Ab Mitte dieses Jahres dürfte außerdem die neue Generation des Sprinter für zusätzliche Nachfrage sorgen. Die Perspektiven für die Transportermärkte sind regional allerdings unterschiedlich. Wer in Westeuropa 2013 erneut nachgeben dürfte, ist in China eine leichte Erholung in Sicht. Außerdem versprechen Nord- und Lateinamerika positive Impulse. Aus heutiger Sicht stehen die Zeichen bei Mercedes-Benz Vans deshalb auf Wachstum in diesem Jahr und auch im kommenden. Gleiches gilt für Daimler Basis. Die Zahlen für das erste Quartal fielen bereits ordentlich aus. Mehr als 6.000 verkaufte Einheiten von Januar bis März bedeuten einen Zuwachs von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnen wir ebenfalls mit einer Absatzsteigerung. Zum einen greift unsere Wachstums- und Präsenz-Offensive Globe 2013. Zum anderen kommen in Europa in diesem Jahr der neue Mercedes-Benz Tourismo und die neue Sedra Top Class 500 auf den Markt. Die S-Klasse unter den Reisebussen. Damit sind wir auch bei den Bussen der erste Hersteller, der eine vollständige Euro-6-Flotte im Angebot hat. In Brasilien haben wir unser Chassis-Programm auf Euro 5 umgestellt. In Mexiko steht eine komplett neue Produktfamilie mit fünf Reisebus-Varianten und Stadtbussen vor der Einführung. Das alles zeigt, wir sind fest entschlossen, unsere Marktführerschaft in allen Kernmärkten zu behaupten und möglichst auszubauen. Das Wachstum der Fahrzeugsparten spiegelt sich auch in der Entwicklung von Daimler Financial Services wieder. Das neue Geschäft lag im ersten Quartal 2013 erneut über Vorjahr. Im weiteren Jahresverlauf wollen wir nun noch einen Gang hochschalten. Dazu werden wir das Geschäft mit gewerblichen Flottenkunden ausbauen, mehr Finanzdienstleistungen für Gebrauchfahrzeuge anbieten und den Versicherungsvertrieb weiter intensivieren. Insgesamt wollen wir 2013 erstmals die Marke von über drei Millionen Leasing- und Finanzierungsverträgen übertreffen.